So, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play To The Devil in Mini live mit Neshi, aktuell im Stream. Wir sitzen jetzt gerade mit der Fähre über... Unser Team. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist es hier gefährlich? Nein, Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier. Gott. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Atme tief und langsam, Charles. Hustet ihr bitte kein krankes Lungengewebe raus. Schon okay. Stell dir einfach vor, da oben wartet eine Packung Kippen. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von hier fernhalten will? Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt deine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit zwei Stunden. Geh. Bitte. Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu. Nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumait. Diskretion ist unser Motto bei Lonets Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus. Und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumait. Hier lang. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Darf er, dass er seine Privatsphäre schätzt? Er wird da nur... Ganz schön streng. Hm. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen. Ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Au, mein, verdammt. Was ist passiert? Alles okay? Hast du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengefliegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los. Ich erkläre es dir später. Hast du wieder im Schauspielunterricht? Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Oh, ja klar. Das ist aber nicht nett, wenn man wo eingeladen wird. Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay. Sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Graal an Material oder Informationen findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Gucken wir mal. Irgendwas? Nö. Nur ein Schuh. Weißt du, wo man die Geheimnisse findet, wenn man das nicht mehr gemacht hat? Äh, wie meinst du? Naja, es war doch, dass man ein Geheimnis hat gefunden hat. Keine Ahnung mehr. Ah, hab's gefunden. Okay, es gibt 50 Geheimnisse. Ach ja, super. Okay. 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 Habe ich mir auch noch voll verklickt, war eine dauernde falsche Ecke, war ich eins da unten gegangen mit dem Raster? Läuft ja, oh toll, sie steckt es einfach ein, tja, keep out treten verboten Also wir müssen natürlich sagen, heute ist Release. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass immer wieder englisches Audio dazwischen reinkommt. Könnte sein, dass da vielleicht nochmal irgendwann ein Patch kommt. Solange es in den Gesprächen allgemein bleibt, ist es ja okay. Okay, jetzt stehen wir uns wieder gegenseitig in den Füßen. Das ist sehr gut. Oh, hier ist nix. Okay. Okay. Oh, schon wieder so ein Ding. Ich war da bestimmt da irgendwann mal runter. Da warte ich nur drauf. Lülülü. Komm, wir gehen hinterher. Oh, wow. Gott, ist die schon runtergefallen? Mach dich endlich locker. Jo, muss es ja nochmal wackelig werden, dass die da runter... Wieso fällt ich jetzt runter? Hä? Da war doch gar kein Balance hingeredet. Ach, muss ich da vielleicht, während ich das mache, rumrütteln und nicht am Anfang? Okay, warte mal. Okay. Jetzt muss man währenddessen eben die ganze Zeit drücken. Sie war ja schon fast drüben. Oh Gott, Hilfe. Es ist aber ätzend. Also, ich mag sowas ja gar nicht. Also, die Arme. No point just standing around. Also, Grini, bei mir macht sie halt komische Stockebewegungen und sie kommt dann dementsprechend nicht über den Baum. Ja, genau, das mache ich. Okay, und trotzdem fällt sie runter? Ja. Okay, das ist natürlich blöd. Weil meine hakelt dann plötzlich. Okay. Das ist ja doof. Okay, du glitschst da auch ziemlich bei mir. Das sieht so komisch aus. Maybe this is the way. Fast, fast. fast fast hat es geschafft und fast so knapp fast hat sie es geschafft meine damen und herren ich hatte wahrscheinlich einfach nur glück ich hab's geschafft! juhu! sehr schön! oh god endgegner baumstamm geht's jetzt? so das ist aber gar nicht so einfach mit dem baumstamm gewesen ich hab das am anfang wahrscheinlich hundertprozentig nur glück bei mir das ist eine ganz schöne wackelei das mag ich überhaupt nicht das sieht einfach aus als es ist leute ups! ah nein! ist das eine echte palme? wurde die hierher verschilft? ich glaube nicht hab ich das jetzt verkackt? sie haben bei dir auch gepackt oder? ich hab die L-taste wieder losgelassen ich dödel deswegen haben sie uns gesehen ach so ne das nicht ja zwerg und tarnung funktioniert nicht so die gehen ja immer mit dem kopf durch die wand und verstecken sie nicht groß maybe this is the way, sagen sie sie backt auch dann die ganze zeit so ein bisschen vor mir rum ne? immer so ein bisschen glitschig unterwegs die dame das haushallen nicht? oder komm mal nicht rüber über den holzpfad da hin? ich weiß zwar nicht ob wir hier reinkommen aber gucken wir mal das ist mal eklig ich hab gehört du bist auf wohnungssuche ich glaub das kann ich mir nicht leisten oh das ist doch bestimmt wieder ne verahnung oh ja was ist die denn jetzt? da hinten in der ecke titelmeerkreuzfahrt ok nochmal ein beobachter guide über die vögel der britischen inseln wie ich einfach durch die tür gehe ach ach schuld manche beobachtet wenn ich in der natur wandern wollen würde wäre ich nicht in die stadt gezogen dieser scheiß gehört nicht zu meinem job so ob du noch mal das in der ecke steckt man oder seien die dame hier erinnert mich an beschissene zeltlager schön ist es auf jeden fall hier naja schön siehst du die schalttafel die ist kaputt hier gibt es doch nicht mal strom versorge die schalttafel mit strom klettert sie ja nicht schon wieder ach so he 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 Oh, da drück ich doch irgendwie nicht rum, oder? Doch. Erstmal lasst alles mit Strom versorgen hier wieder. Achso, den Wagen zum Laufen kriegen, dass wir da hochkommen. Achso. 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 Kann natürlich, wenn es ein längeres und schwieriges Rätsel ist, natürlich ein paar Minuten dauern? Das weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Da muss bestimmt die Schalter in der richtigen Reihenfolge legen, dass der Sicherungskasten wieder anspringt oder funktioniert oder den Strom in den Wagen leitet. Guck mal da eigentlich rein. Ja, ist zu, ne? Ja, ist zugebretert. Okay. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Jetzt schon können wir Wagen fahren. Hä? Wieso gehen die nicht einfach in die Tür rein? Ach, die sind nur durch den Wagen auf die andere Seite gelangt? Achso. Hätten sie da nicht einfach hoch... Oh, der Mann im Regenkämpf ist wieder da. Hey, bei mir flippen die diese NPC-Charaktere plötzlich ganz komisch. Hm, das ist ziemlich bucky, muss ich sagen. Das ist mir auch schon oft gefallen. Hm. Das ist nicht so schön. Bei den anderen Releases war eigentlich alles okay. Aber ich weiß nicht, warum das jetzt so noch etwas unfertig aussieht. Guck mir gerade hier noch was an. Da liegt noch was auf dem Boden. Ja, klar, mach das. Ein Secret. Ah, ein Stiletto-Absatz. Okay. Aber ich finde das gut gemacht, dass man jetzt mittlerweile, ne, auch wenn der andere sich umschaut, dass man dieses Warten hat. Ja. Das ist gut. That's right. Das ist gut. Das ist gut. Oh. Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Orkern. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumette. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumette bleiben. Klar? Kate. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen. Kommst du? Aha. Hast du Höhenangst? Vielleicht. Ja. Das wird schon. Der Typ gibt Millionen für ein Sicherheitssystem aus. Da wird er sich bestimmt eine sichere Brücke leisten können. Und hey. Selbst wenn du abstürzt. Guck mal. Das schöne, weiche Wasser. Wie es sich an die scharfkantigen Felsen schmeckt. Moment. Ist da unten ein Skelett eingekrebt? Haha. Scherzkeks. Jetzt geh schon. Sehr nett. Das ist verdammt steil. Sehr nett. Sehr nett. Oh Mann. Soll ich dich Huckepack nehmen? Sehr witzig. Jetzt. Nimm meine Hand. Wow, 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 wow. Langsam. Jetzt reiß dich zusammen. Komm schon. Sei kein Weichei. Und? So schlimm? Ja. Hoffentlich gibt's einen anderen Rückweg. Na los, Prinzessin. Wo sind denn alle? Tut mir leid. Typisch Stadtmenschen. Na los. Wir vergeuden Zeit, Leute. Untertitelung. Das Wow, Mr. Domet, was für ein fantastischer Ort. Ja, vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Hallo. Wer bist du denn? Was machst du da? Da, da war ein Mädchen. Da oben. Vermutlich Domets Tochter. Vielleicht kennt sie dich aus dem Fernsehen und kommt jetzt runter für ein Autogramm. Vielleicht. Oh. Sehr nett. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Das ist doch das Hotel, wo die da... Sieh nur. Okay. Das ist... Fantastisch. Das ist... Heftig. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Äh... Wir sind nicht vollzählig. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Kat Schminker verbremst alles aus. Aaron hat Zigaretten. Blauer Rucksack. Machen Sie sich frisch. Wir sehen uns dann zum Abendessen. Um acht. Mr. Domet, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist einfach fantastisch. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Was ist? Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Okay, komm schon. Das ist nicht witzig. Du hast mir echt Angst gemacht. Echt? Tut mir leid, das wollte ich nicht. Hast du mich nicht kommen gehört? Ich hab... Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kater im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Domette hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem. Mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Es ist einzigartig. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach, was? 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay? Dann viel Glück. Verlauf dich nicht. Ich schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Du musst keine Angst haben. Wobei... Hey! Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich packe aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht. An diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würd mich bestimmt verlaufen. Es ist nur ein Gang, Süßer. Und da wären wir. Tja, es ist... Gemütlich? Gemütlich macht Spaß. Vielleicht teilen wir uns wieder ein Zimmer und sind morgens verheiratet. Du redest im Schlaf. Hab ich dir wohl nie gesagt. Ach ja? Was hab ich gesagt? Es war eigentlich nur zusammenhangloses Gefluche. Oh. Ich war wach. Ich hab Kates Social Media Posts gelesen. Ach, diese Batsch. Okay, hasse mich bitte nicht. Aber sie war ganz nett zu mir. Das mit Mark geht ihr bestimmt näher, als sie zugeben will. Lügen. Sie ist ein Roboter. Äh, wo ist das Bad? Äh, was? Old School. Äh. Ekel School. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie grad ne Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein. Du Spezi. Was Wein ist? Wieso ist da eine staubige alte Weinflasche in der Kommode? Äh, Wein muss doch alt sein. Ja, wenn du ihn kaufst. In einem anständigen Weinkeller nicht. So. Warum tust du da? Ich hab Durst. Und du? Bist süß, wenn du trinkst. Aber ich süß? Du findest mich süß, hm? Oh. Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, aber ich finde meinen. Wo ist er hin? Äh. Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Alles okay? Scheiße. Hältst du mir Angst einjagen? Nein. Ach, weil... Klappt echt gut. Dann kann mit ihrem Inhalator erst mal aktuell ein Ablauf fallen, okay? Bist du dir sicher? Weil... Ja, die Angst einjagen hat wohl nicht geholfen, oder? Nein. Aber ernsthaft ist nicht deine Schuld. Ich wollte... Ich versuch so zu tun, als wäre nichts, weißt du? Ich will nicht abhängig von einem Inhalator sein. Ich will mir das einreden. Aber... Staub und Allergien und... Ich muss einfach besser aufpassen. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also... Ja. Gemütlich. Probierst du das echt? Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist... Piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke... Eichenfassbouquet. Ein Hauch von Zitrusnoten. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter... Oh mein Gott. Ich hasse dich. Boah, lecker. Du lügst wie gedruckt. Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem süß sein. Wirklich? Ähm, falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich? Wollt nicht, dass du dich komisch fühlst. Was? Nein, alles gut. Ich... Ich bin wirklich kein verschrecktes Red. Charlie stellt mich nur immer so hin. Oh, ich weiß. Deswegen mache ich dich auch so an. Also würdest du... lieber diesen Glibber trinken? Hier, knut schon auf. Los geht's. Was? Oh mein Gott. Ich... Äh... Ich... Oh. Du Bitch. Ich verarsch dich doch nur. Ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Oh. Sorry. Sorry. Wer ist das? Und Spanner. Wer sonst? Machst du hier draußen jetzt einen auf perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Wir haben nur was getrunken und über dich gelästert. Wie bitte? Naja, deswegen hast du doch gelauscht, oder? Um zu hören, ob wir über dich reden. Ich... War nur Spaß, Charlie. Mach dich locker. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht. Und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke. Ich war gerade da unten. Gib mir zehn Minuten. Dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen. Nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt zehn Minuten. Okay. Wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden Farben blind und weiß nicht, was blau ist. Fortsetzung folgt also? Ja. Auf jeden Fall. Aber sowas von. Höhöhöh. Viel Glück bei der Zimmersuche. Die Rasierklingen waren ja bei dem anderen auch weg, ne? Beim Jeff. Oh je. Das ist nicht gut. Komm, na komm los. Los. Hä? Bauen die ab? Wo zur Hölle gehen die hin? Toll. Na super. Ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Willst du jetzt? Ja. Wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja. Okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los. Soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Und ist das Objektiv sauber? Ich bereite nur alles. Wirklich? Ja. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach... Du hast eine Woche rumgetrödelt, bevor du das Jobangebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Der Job war nicht das Richtige. Die Zugsache hat's bestätigt. Ach komm. Als ob. Du musst mir nicht glauben. Na los, drehen wir endlich. Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. Beim Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Du siehst in jedem Licht gut aus. Keine Sorge. Willst du dich einschleimen? Ja. Funktioniert's? Vielleicht. Auch gut. Mark, warum lässt du alle denken, ich hätte Schluss gemacht? Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine... Alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder... Beides. Bevor wir... Hör zu... Kann ich was sagen? Wir haben abgemacht, professionell zu bleiben. Genau. Also kannst du auch nicht einfach so ankommen und mich therapieren. Okay. Hast recht. Das war unfair. Tut mir leid. Wir müssen das nicht diskutieren. Arbeiten wir einfach. Hast ja recht. Ich... Hast recht. Es war abgemacht. Tut mir leid. Nichts versaut bisher. Ist sehr gut. Los. Lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Wohin? Auf dem Balkon sehe es gut aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Wie ist die neue Wohnung? Recht fürs Erste. Gefällt sie dir? Ist ein Ort für meine Sachen und zum Pen. Befristeter Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Das ist... Kluger Plan. Du hast gesagt, zieh aus, also bin ich raus. Das war ein Kompliment. Ich sag's ja nur. Ich dachte schon, du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder... Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Wow, was wird das? Wird nur das Licht checken. Persönliche Grenzen, weißt du noch? Mein Zimmer ist mein privater Rückzug. So eine Therapie ist ja ganz sinnvoll, aber ein paar der Regeln sind echt bescheuert. Da morgen ja ausscheidet, ist... Ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Frisch getrennt, die zwei, ja? Oh. Was ist das denn hier? Hier hinten ist was. Hm. Wo steht sie denn da jetzt so rum? Die hat keine Lust. Muss ich da jetzt lang, oder was? Schön. Falls uns Dumette hier erwischt, brechen wir eine seiner Regeln? Wir sollen nicht allein rumlaufen. Und außerdem haben wir die Tür praktisch aufgebrochen. Wir? Also sollten wir vorsichtig sein. Wenn man im Regen käme, ist es auch wieder da. Wow. Scheiße. Jesus. Das hat mich zu Tode erschreckt. Kann man mal drum. Das weckt Erinnerungen. Erinnerungen. In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Rebell. Ach, die Tischritze hat er sich jetzt angeguckt, okay. Ein Buch? Was the devil? Was he the devil? War er der Teufel? Die Wahrheit hinter Amerikas ersten Serienmörder? Geheimnis gefunden. Seit seinem Erstlingswerk 2002 ist Josef Morello von der Serienmörder Spurensuche fasziniert und keiner hat ihn mehr gefesselt als H.H.H.H.Holmes. In seinem neuesten Taschenbuch beleuchtet Morello mehr als 15 Jahre seine eigenen Recherchen und Veröffentlichungen und trennt Fakten von Fiktion. Um Beweise für die Wahrheit hinter den historischen Fall von Amerikas ersten Serienmörder zu liefern, war er der Teufel? Lichtlektüre für Morello-Fans. Real Killers Magazine wie eine Analyse der eigenen schlimmsten Albträume. Review Monthly. Okay. Ich glaube, die spielt Nashi gar nicht mehr. Die steht nur rum. Wursch. Wird schon getrennt jetzt? Oh, wow. Mark kann seinen Einbeinstativ ausziehen und höhere gelegene Gegenstände erhalten. Ja, dann mal hoch damit. Hui. Reagieren muss man auch noch. Wien da gefunden. Geburten, Tote, Eheschließung. Mr. und Mrs. Robert Howell aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Blaine und Steven Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Lucinda Mundey geben die stolzen Großeltern George und Irene Mundey aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector Whalen bekannt, der am 11. Juni im White Oak Hospital geboren wurde. Eine Art Geburten? Register? Whatever? Mhm. Aber warum die drei? Da geht's raus auf den Balkon, wo wir das Foto schießen wollen. Gucken wir hier nochmal in die Ecke. Wir brauchen bloß einen Weg durch. Was ist los? Na, der Sprung gerade. Was für ein Sprung? Na, wir sind plötzlich nicht mehr in der Eingangshalle. Wir waren gerade noch in der Eingangshalle. Ich war gerade in der Eingangshalle und dann hat's plötzlich einen Sprung gemacht und bin jetzt ganz woanders. Äh, ich glaube auch nicht, dass du bei mir bist aktuell. Äh, ich hatte gerade deinen Charakter. Wir haben uns gerade noch unterhalten. Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Äh? Du, Matt will wohl alles erhalten. Ist sicher nicht einfach hier draußen. Ich bin ja auch ein Fan von Antiquitäten, aber irgendwann muss man es aufgeben. Einheimnis gefunden. Verfault doch alles. Fäulnis, das ist es. Was? Seit wir hier sind, hab ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt weiß ich, was es ist. Verwesung. Ist ein altes Haus. Tote Fische am Inselstrand. Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot. Also, irgendwie ist das gerade verwirrend. Anscheinend ist Nishi jetzt doch wirklich woanders. Und, äh... Wahrscheinlich ist es auch auf einem anderen Charakter. Geheimnis gefunden. Springen wir hier mal rüber. Da könnte ich doch den Wagen runterschieben, oder? Mal runterspringen und dann da hinten reinschieben und dann kommen wir da hoch. Theoretisch. Oh mein Gott, ich weiß nur nicht, ob das so gut ist. Ich werde beobachtet. Da liegt eine Münze, wieder. Die haben wir doch schon mal gesehen. Diese Totenschädel-Münze. So, kommen wir nicht durch. Das könnte ich hier rüberschieben. Das könnte ich hier rüberschieben. Dass ich da hinkomme. Vielleicht. Vielleicht. Wir wollten eigentlich auf dem Balkon ein Foto machen. Wir klettern hier rum. Wieso? In der Aben. Oh, keine Ahnung. Das hat ja nix irgendwie... Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, was wir da machen. Aber wir machen's. Ich schiebe mal das Ding wieder zurück. Würde ich sagen. Was ist denn das los? Wieder hoch und rüber. Ist hier noch irgendwie Loot? Nein. Wo sind wir denn jetzt? Ich weiß noch nicht, ob ich hier sein will. Warum können die nicht einfach zum Essen runtergehen? Um acht. Es ist Zeit. Verdammt. Wir haben nichts. Noch ist Zeit. Komm schon. Lassen wir Charlie nicht warten. Sonst faselt er ewig davon. Was? Hey. Sei höflich zu Charlie. Er war zuerst unhöflich, als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen. Nicht er. Ach komm. Du warst auf Streit aus. Gib's doch zu. Du hast ja recht, aber... Auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark. Nicht meins. Ich weiß, Charlie kann anstrengend sein. Hast du seine Notizen gesehen? Ja, hab ich. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil du... Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wär? Charlie denkt echt, wir gehören ihm. Er kontrolliert uns ständig. Ich lass mich nicht kontrollieren. Warum sonst streiten wir so oft? Übrigens, er hat Aaron seit Wochen nicht bezahlt. Er hat ihr gesagt, von ihm lernen sei er Lohn genug. So ein Arschloch. Er hetzt sie quer durch die Stadt, um seine Wäsche abzuholen. Und für ihn einzukaufen, als ob er das nicht selbst könnte. Ist auch egal. So oder so werde ich Lonnet Entertainment verlassen. Ich schätze, ich dachte, wir gehen gemeinsam, als ein Team. Mark, du willst das hier nicht. Es ist nur ein Job, bis du dir einen Namen als Fotograf gemacht hast. Erwarte nicht... Wir waren ja auch nicht gerade leise. Erwarten... Untertitelung. BR 2018 Hey, Leute. Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumette gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk einen Mark. Entspannt euch alle. Wir sind gerade erst gekommen. Gib ihm etwas Zeit. Er ist der Gastgeber. Ich habe hier außer dem Hausmeister niemanden gesehen. Bestimmt kocht er das Essen selbst. Ach, Mr. Dumette. Sie haben sich aber fein zurecht gemacht. Wir haben den Wein entkockt. Das ist Ihnen doch recht. Dumette? Ja, der Typ kommt nicht. Moment. Was? Wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich habe ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher. Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind. Ich habe es gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten es verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich habe sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht habe. Das muss ein Kind sein, oder? Hat er nicht eine Familie erwähnt? Weiß ich nicht mehr. So oder so, warum sind die weggegangen? Sind wir jetzt ganz alleine hier? Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Ich bin sicher, er hat seine Gründe. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht hat er Pizza bestellt und sie liefern nur bis zum Anleger. Wir könnten uns das zunutze machen. Wie? Na, denk mal nach. Wir sind hier umgeben von der perfekten Kulisse. Alles läuft nach Plan. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Oder vielleicht ist er einfach verrückt. Wäre nicht das erste Mal, dass Charlie ein Experten bucht, der in Wahrheit bloß ein Fan von Serienmördern ist? Ich will dir ja nicht zustimmen. Also, echt nicht. Aber das sage ich die ganze Zeit. Demme takt ein Scheiß. Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll? Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh mein Gott. Jamie. Musst du alles noch schlimmer machen. Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Hm, sag's ja nur. Sitzen wir nun. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Doch, ich hab ne tolle Schachtel voll unsichtbarer Zigaretten gefunden. Guck mal, ich rauch grad eine. Kirk? Hm, das erklärt, warum du so gut drauf bist. Also, was tun wir? Bloß rumsitzen? Und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Wenn wir hier still sitzen und ganz fest dran glauben, drehen die magischen Studiowichtel die Folge vielleicht für uns und schicken sie dem Sender. Dann sind die alle gut drauf. Ein Toast auf die magischen Studiowichtel und Charlies geniale Pläne. Also, ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spots. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst zehn Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Und zu guter Letzt unser neuer Zugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. Schleimen kann ich. Ich danke euch. Für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Prösterchen. Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar. Können wir alles gefilmt kriegen? Er hat uns sowas von gehört. Jawohl. Nee. Er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Ähm, findet es noch jemand seltsam, dass Dumeck nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn du mit auftauchst? Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Hast recht. Schon dabei. Oder, Leute? Fantastisch. Das höre ich gern. Sollte nicht lange dauern. Toll. 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 Was treibt der da? Hat er die alle nachgebaut? Hallo? Leute? Seid ihr das? Jetzt ein Abfühlgerät. Sollte nicht mehr. 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 Vielen Dank.